Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Judging Dishonored Day. Ja, wir waren beim letzten Mal dort draußen. Ihr habt gesehen, ich habe mich mal wieder wie ein Vollidiot aufgeführt, was mein Tötungsverhalten angeht. Aber, naja, mir sitzt gerade eh zu nichts. Nein, nichts ist mir schade. So, äh, blub. Mal kurz reinschauen. Ähm, ja, ich habe zwei Runen gefunden. Bin ich ultramäßig stolz drauf. Und ich habe bemerkt, hier oben ist auch noch eine Rune. Die werde ich mir jetzt dann auch holen. Aber, sicherheitshalber, wem ich meine Pistole. Und, äh, gehe, marschiere Richtung Elfenbeinzimmer. Da sind jetzt zwei Personen, also eine Person und eine Biatch. Eine kleine. Äh, wie komme ich da jetzt am besten rüber? Wie komme ich da jetzt am besten? Ah ja, hier sind die zwei, die wir das letzte Mal erledigt haben. Ich mache es jetzt anders. Ich versuche mich hier... Da werde ich mal durchgestalten. Nein. Ich brauche das nicht. So, lass liegen. Oh. Oh. Ich hoffe, die schlafen. Was ist so richtig? Der ist ja schon bewusst los. Hä? Was ist da los? Mö, 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 mö. Was ist das mit dem Büro der Madame? Ach, du. Den kann ich ja umlegen. Mensch. So. Du kannst dich hier hinlegen. So. Blup, blup, blup. So schläfst du es, glaube ich. Am gemütlichsten. So. Ähm. Ja. Schauen wir mal weiter. Vielleicht ist hier noch irgendwas auf dem Balkon draußen. Vielleicht komme ich von hier draußen. Ja, irgendwo anders. Ne, ich bleib drin. Ne, ich bleib drin. Und wer hätte mich jetzt wohl oder so übel hier durchschlagen müssen? Also, jetzt schauen wir nochmal. Also, wir sind... Ah ja, gut. Der bewegt sich. Boah, da sind so viele... Weiber hier. Ist ja der Wahnsinn. Da oben ist auch nochmal eine. Ich will jetzt nicht irgendwie... Wenn ich diese Tür hier aufmache, von jemandem überrascht werden. Was ist da jetzt aufgewacht? Ist da jetzt äußerst doof? Ne. Gut, hab ich... Boah. Hasse das. Gut. Initiative ergreifen. Speichern. Und dann gehen wir da rein und dann schauen wir, was da drin abgeht. So. Gespeichert. Zack. So, nochmal kurz reinschauen, ob wir hier noch optionale Missionsziele bekommen haben. Das Büro... Das Büro... Ah ja, okay. Das war das optionale Ding. Okay, also... Okay, also... Elfenbeitzimmer ist das erste. Wo ist das Elfenbeitzimmer? Es ist unten. Gut. Ich weiß nicht. So eine Art Maske sagt er hier. Konnte er nicht so gut erkennen. Hat er gesagt, was er wollte? Er hat wohl kein einziges Wort gesagt. Aber er huschte herum wie der leibhaftige Outsider. Oh, oh. Nein. Ja, ja, ich habe... Oh, oh! Was? Zum Teufel. War das? Sind hier irgendwo Ratten? Rauchsalon ist da drüben. Na, da drüben ist das Elfenbeitzimmer. Darunter geht es zum Clevering Boulevard. Da will ich aber nicht hin. Ich will... Darüber irgendwo. Sind hier irgendwo Wachen? Sind hier irgendwo Wachen? Ich bete das nicht. Ich bete. Ich bete. Ich bete. Ich bete. Gott, ich habe so Angst. Nein! Nein! Super. Echt. Oh, oh. Nein! Du! Schieß! Nicht auf mich! Verschwindel. Oh, oh. Wo? Wo? Ich wette den Kerl sehen wir wieder. Hier ist er! Ach, nö. Jetzt! Komm schon! Jetzt! Nein! Nein! Gut, dass ich gespeichert habe, ne? Gut, dass ich gespeichert habe. Okay, jetzt stelle ich mich nicht so blöd an. Hoffentlich. Gott! Muss das sein. Badehaus. Ah, das ist ein Badehaus. Alles nur Ausreden. So, nochmal. Jetzt gehen wir. Die Pendleton sind hier. Direkt. Richtung. Nein los! Du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du lassen werden. Der ist jetzt hier. Das ist hoffentlich jetzt nur einer. Gut, der geht um die Ecke. Ich drücke sich nicht um. Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann. Ja, 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 ja. Sehr schön. Man muss nur wissen, wo diese Idioten sind. So, kannst du dich hier schlafen legen. Jetzt schauen wir nochmal hier kurz um die Ecke. Ob der hier noch ist. Nein, hier ist keiner. Ist da drüben noch einer? Ich will auch wirklich auf Nummer sicher gehen, damit hier wirklich keine Sau ist. Okay, gut. Ich kann hier rein. Da ist einer der Pendleton. Also stand die Abstimmung 43 zu 41 gegen uns. Aber die Gesetze sagen, dass... Die provisorischen Gesetze des Lord Regenten? Ganz genau. Nein. Sie besagen, dass die Konveraktiven bei zusätzlicher Stimme... Halt die Klappe. Hilf mir doch jemand! Super. Schwunggegen. Ich muss schnell Gesundheit auffüllen. Du schießt nicht vor mir. So, du stirbst auch noch. Schnell. So schön. Nein! Äh... Nein! Ich habe keine... Regeneration. Das ist möglich. Kiten. Mehr. Gehabt. Das gibt es doch nicht. Warum werde ich jetzt umgebracht? Mann! Das ist mir jetzt, glaube ich, noch nie passiert. Ich schaue mir nochmal die anderen an. Ich glaube nicht, dass... Also einmal ist es mir passiert. Dass ich so dermaßen blöd war und nicht aufgepasst war. Justin, die Pendleton sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Nein, los. Du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Oh nein! Oh nein! Oh bitte! Nein, nein! Gut. Das macht keinen Sinn. Ich lade nochmal. Und jetzt ruhig. 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 Ist mir egal. Dieses Folge kann man entweder 25 Minuten dauern. Ich würde jetzt fertig werden. Das darf doch nicht wahr sein. Ah! So. Also die zwei können auch Alarm schlagen anscheinend. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal hier. Erledige den einen. So. Warte dann, bis sich hier wieder einer nähert. Erledige den. So. Klappe, 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 Klappe. Mitnehmen. Ist hier draußen einer. Ja. Okay. 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 Nein. Hier lang. Okay. Lege mich hier hin. Schlaf. Oder hat er eine Waffe bei sich sicherlich. Nein. Ist auch egal. So. Wo ist dieser Mongo, der mich jetzt vorhin versucht hat, aufzuniegeln? Je nachdem. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist keiner. Ich glaube, sie versucht ihn weiterhin aufzuwecken. Da geht es jetzt raus. Ah, da ist er. Okay. Gott hier. So. Wo bist du jetzt? Er bleibt an der selben Stelle stehen wie der andere Vollidiot. Darf ich jetzt halt auch nicht Alarm schlagen oder so, ne? Das heißt, er wird lieber so. Was ist los? Lauf ich mir hinterher. Nein. Nein. Ich. Diesmal hast du Glück gehabt. Ich brauche Hilfe. Hinter ihm. Nein. Das kann ich. Wie gesagt, es geht nicht. Es geht nicht. Wann? Ich will wenigstens den Einflug bringen. Wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Mist. So. Das Prozedere nochmal überdenken. Ruhig durchatmen. So. Jetzt kommt der. Äh, Waffe wechseln erstmal. Wär nicht schlecht. Teleportieren. Ich brauche jetzt meine Schusswaffe, nehme ich noch nicht. Klappe, 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 Klappe. Okay. So. Geh her. Bleib star liegen, ne? So. Jetzt kommt gleich hier noch so ein Vogel. Wenn der Vogel kommt, dann lege ich den da draußen um. Und dann kann ich ins Elfenbeinzimmer gehen. Hoffentlich. Bitte. Ah, Mann, 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 Mann. Okay. Da läuft gerade einer rum. Schätze ich mal. Sehen tue ich aber noch nichts. Mal kommen, wo ist er denn? Wo ist der Trottel? Okay. Wer läuft hier jetzt wieder rum? Ah ja, okay. Da ist er. Da ist er. Ran teleportieren. Zack. Klappe halten. Das ist doch nicht so schlecht. Das hat etwas. So. Hier machen wir unseren Leichenhaufen mal hin. Achso, Leichenhaufen. Bewusstlosenhaufen. Vielleicht eher sowas. Okay, draußen steht jetzt einer. Wenn ich den umlege, nicht, dass da jetzt nochmal einer steht. Rechts oder links? Nein, tut's nicht. Nein. Schön die Klappe halten. Der wollte schon Alarm schlagen, ne? Der wollte schon Alarm schlagen. So. Kann ich den hier hinsetzen? Nö. Aber ich kann mir... Oh ja, lässig, lässig. Bleib halt so. Bleib so. Ja. Ist einfach eingepennt. Das sieht doch sehr... ...sympathisch aus. Also man denkt sich nichts Blödes dabei. So, jetzt kann ich hier hoffentlich... ...endlich in Ruhe... ...hier reingucken. Und den Kerl umbringen. Was wollten Sie gerade sagen, Morgan? Also stand die Abstimmung 43 zu 41 gegen uns. Oder kann ich von außen weinen? Schauen wir mal. Ah ja. So. Ach wirklich? So draußen jemand? Woher weißt du denn bei etwas? Denken Sie, ich war erst kurz in meine Geboren worden, Lord Pendleton. Ich war eine Schreiberin bei Lord Estermont. Oh ja. Also von hinten. Was ist dem alten Estermont zugestoßen? Die Ratten waren es. Ein alter Abwasserkanal unter seinem Parlamentsbüro. Eines Tages gab es eine Überschwemmung und die Ratten kamen. Die anderen Lords schlossen ihn ein, um sich selbst zu retten. Er schrie stundenlang. Er bettete um Hilfe, aber sie ließen ihn sterben. Oh, das war eine Geburt. Meine Sch... ...presse. Lässt sie ihm jetzt ein? Nein. Aber sie soll gehen. Die bringe ich ihn jetzt am besten um. Aufs Bett? Ich tue dir doch nichts. Du willst einfach nur die Klappe. Kann mir denn niemand helfen? Nicht tödlich. Überzeuge den Kunst. Okay, was war das jetzt? Was habe ich jetzt nicht geschafft? Man. Tresorkombination. Wofür? Welcher Tresor? Kann ich sie ansprechen? Nein, aber ich kann sie umbringen. Aber ich will keine Zivilisten umbringen. Mal sehen mal hier die Musikspiele aus. Nein, ich werde sie nicht umbringen. Ich habe bestimmte Prinzipien und das mache ich einfach jetzt nicht. So, jetzt schauen wir nochmal raus. Tür auf. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Okay. Oh, oh. Schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Wieder hinten rum. Hin. Darüber, darüber. Hallo. Da. Rüber. So, Tür zu. Ich bleib jetzt hier auf dem Balkon und mach an dieser Stelle Schluss. Okay. War ja... Hab ich euch genügend aufgehalten? Oh. Okay. Ähm... Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. Nein. Ach komm. Ich schau nochmal kurz durch. Schauen wir mal, was hier los ist. Vielleicht kommt jemand da entgegen. Na, ist auch egal jetzt. Gut. Also, an dieser Stelle mach ich Schluss. Mach jetzt einfach schnell. Ich sag Servus. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat's euch Spaß gemacht. Und hinterlasst mir einen Kommentar. Irgendwas ist mir völlig wurscht. Ich mach das mit dem nächsten weiter. Den ich dann höchstwahrscheinlich, ähm... Ja. Ja. Wieder am nächsten Tag hochladen werde. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Und Servus.